Herzlich Willkommen Freunde in meinem ersten Kampf in dem Tournament. Ich beginne mit meiner neuen Offensive, die Ice Climbers. Wir haben uns zu Beginn auf Yoshi's Island geeinigt und mal sehen was jetzt rauskommt. Oh mein Gott, Deiner Ecke, jetzt geht's so rund. So. Abba, komm her. Und wie angekündigt ist das alles ein bisschen... Ah, werde ich alles live kommentieren. Ey, komm. Ne, ne, ne. Nicht abrutschen, du. Ah, Ice Climbers ist für mich eigentlich so ein bisschen Neuland, aber... Dank euch bin ich so drauf gekommen. Eigentlich wollte ich den gerade runterhauen. Egal. Abba, komm. Drehung. Uäh. Komm. Uäh. Ich hatte bisher noch mit den Ice Climbers, glaube ich, noch keinen richtigen Eick als Gegner. Opa. Ne, 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 ne. Ich will net. Genau. Hau drauf. Mein Verbündeter. Oh, vergangen. Der Grab, kurz vorm Gegner aufgehört. Ähm. Nix da. Ach. Schnell mal ne Drehung. Boah Ach, komm her Jetzt aber Ach Ne? Ach, komm Total ungewohnt jetzt Ich hab jetzt kurz offline mit Schwaben gespielt Ach Jetzt komm her Ach, und Ach, verdammt Jetzt aber Flieg, Ike, flieg Mist Hat mein Partner erwischt Jetzt aber Meine Fresse, hier Hier Und nochmal Eis-Attacke Verdammt Oh Na, kann ich warten Eis-Attacke Äh, Eis-Attacke Trio Turbo-Dreher So Ah Mein Partner ist down Okay Das ist nicht mehr so verwirrend für mich Ja, komm Zack, 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 zack Hä? Boah Hier hast du eine Eiskugel Nächster Drehung Und neun, neun Ein Schaden gemacht Haha, Mann Ich wollte nicht hoch Genau Ja, komm Das war jetzt Irgendwie Unfall Keine Ahnung Unbegreiflich Aber geht in die andere In die Richtung Und in die andere In die Richtung Naja, egal Gut Wird wohl Zeit Dass ich Bisschen anders Das spiele So Ich misste Ich hab denen gar nicht geschrieben Was ich für eine Counterpick Ich haben möchte Ähm Naja Battle Field Gut Eigentlich müsste er mir laut den Regeln schreiben Wenn er sein Charakter wechselt Ja, ist mir eigentlich auf Wurst Ah, Schofsch kriegt das jetzt mit Schick auf Anhieb hin Das ist jetzt Ach Und er hat auf Gandalf gewechselt Okay Nächster Nächster Aua Äh Erwischt Ah Mist Reicht die Distanz nicht Ach Jetzt dann Durch die Eisklemme Ist eben gerade die ganze Zeit Will ich dauernd Die ganze Zeit Für Seite B machen Ah man Nächster Nö Verzichte Treffer stecke ich jetzt nicht ein So Flieg Gandalf Flieg Das ist das Ende der Welt Autsch Autsch Woa runter Woa So Motion Szene Verzichte Joa Joa Ach Nächster So Nein Ich wollte eigentlich einen anderen Move machen Scheiß Dreck Nächster Au So Jetzt aber Nee Schönen Stage Spike kann man damit mit der Explosion erreichen Das hat damit geklappt Oh Ellenbogen Okay Jetzt aber Komm Komm her Hm Vergiss es Dein Ende Puh Bleib ich jetzt beim Charakter Oder ich wechsle Ich wechsle Ach ja So Ähm Gut Dann nehme ich meinen Sonnenschein Kirby Der wollte Battlefield haben Als Counterpick Also nehmen wir Erneut Battlefield Ach ja Kirby Okay bin ich mal gespannt Oh Sunshine Kirby Gegen Sunshine Kirby Das wird lustig Ich hasse es gegen Kirby zu spielen Mit Kirby Das kann was werden Nächster Aua Komm her Komm her Äh Zug Engschulschuss anders machen Aber egal Aua 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 Und post du mal mit Kirby Äh toll Habe ich das eben gerade total versiebt Nö Ich schaue es auf einen guten Angriff Und da verkacke ich den Scheiß Hier Zwei Dame Treffer Down Ähm Nein Verkackte annehmen Ach komm her Ich wollte Ich drücke dann Ich glaube ich muss mal was nachgucken Ah Da habe ich wirklich so lange Keine Gameplay-Controller Mal richtig in der Hand gehabt Oder ich verschaffe es gerade wirklich nicht Und dauernd richtig nach unten zu drücken Wenn ich es brauche Jetzt habe ich ihn Ganz einfach Ja Nächster Hm Komm mit Jetzt geht es Schädin jetzt Komm Komm her Jetzt geht es Jetzt hat es funktioniert Wow Nix da Komm Nee Hoppa Und jump Kommst du runter Ach shit Egal Er muss jetzt noch 100 Punkte gut machen Und wenn es so abläuft Wie eben gerade Dann wird er die auch gut machen Jetzt Jetzt haben wir es doch Just burn in hell Damit wäre es 1-2-1 Und damit endet der erste Kampf Und wir sehen uns Im nächsten Gruppenkampf 2-2-1 Wo